I will survive Even when I'm in Cherno, up in Electro, I will survive When I'm out of ammo, I just let the wreck go, I will survive Even when I'm in Cherno, up in Electro, I will survive And they gon' die, and I gon' ride Herzlich willkommen zu einem Daisy-Video mal heute ausnahmsweise kein Daisy-Roleplay, keine News Einfach mal unterwegs auf einem öffentlichen Server Wie es dazu gekommen ist, deswegen hört ihr mich hier sprechen Eine kleine Vorgeschichte gab es Und zwar war ich auf Twitch unterwegs und habe mal bei kleinen Daisy-YouTubeern Bei kleinen Daisy-Streamern reingeschaut Und ja, schlussendlich war ich bei einer Streamerin, die hieß Osna Pizzari Ich verlinke es auch nochmal in der Videobeschreibung, falls ihr mal vorbeischauen wollt Da waren halt null Zuschauer unterwegs und ihr Streamtitel hieß Auf der Suche nach Mates Oder so ähnlich, ich erinnere mich nicht mehr ganz Und da haben wir uns natürlich nicht lang bitten lassen Und ich und der Benni sind dann hier über die halbe Map gesprintet Und haben sozusagen gestreamsnipt, wo sie sich aufhält Und wollten sie mal besuchen gehen Was daraus geworden ist, das seht ihr jetzt in diesem Video Viel Spaß damit Ein wunderschöner Sonnenaufgang, oder? Alter, da unten im Haus ist sie Warte, wo? Wo unten? Okay Wo bist du? Na die, hallo? Jemand da? Ja, ich kann euch sehen Ja, nice Hallo Ja Oha, ihr seid ja gut ausgerüstet Hallöchen Das Wasser ist gut Ja, ihr konntet hier ein bisschen essen Ich hab dir was angebaut Da oben auch Ah, okay Habt ihr denn einen Spaten? Nee Ich hab ne Angel Die Mausi, die haben auch keinen Spaten für mich Aber Angel Traurig So, so Hier wohnst du also? Nee Ich hab vor, hier irgendwann zu wohnen, aber Ich vielleicht auch doch nicht, ich weiß nicht Hier ist es so recht unruhig irgendwo Und ich hab keinen Bock auf Bären Ja, da unten bei den Jägerhütten waren zwei Leute Ah, nicht schön Ja, ich muss auf jeden Fall einen Spaten suchen Ich weiß nicht Hier ist auch noch was so ein bisschen Ja Guck mal Mausi Guck mal da Jetzt klauen die von meinem Feld Sicher Ich hab gesagt, ich darf nicht nur was nehmen Ich bin hier erstmal die Kürbisse raus Na klar Kannst du dich nehmen Kein Problem Ich find das voll schade, dass es kein Crossplay geht bei dem Spiel Sonst würde mein Freund mitspielen Über was? Was? Über welche Konsole? Also ich spiel über Playstation und der würde halt dann über PC spielen Ach, das wäre kein Wenn da der Crossplay-Faktor wäre, wäre das scheiße Warum wäre das scheiße? Weil die PC-Leute halt mega Vorteil hätten dann Ja, okay, das stimmt schon Wenn du PvP spielst, da Also ein Monsonspieler hat gar keine Chance gegen PC-Spieler Also hier ist alles nur am Leggen und so Mausi macht ein Dings, ein PC, äh ein Playstation-Spieler hat keine Haben sie gesagt Das ist doch nichts Neues Ja, also mein Freund sagt, das ist bei jedem Spiel so Also bei fast jedem Also bei Fortnite ist es ja auch so Ich spiel auch eigentlich Fortnite, deswegen 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 Fortnite Ich schmeiß mich hier von der Klippe jetzt Nein, der hat gesagt, der schmeißt sich von der Klippe raus Warte, ich komm mit Also bei Ich bin auf dem Baum gelandet, dann auf dem nächsten und dann wieder auf dem Boden. Ich habe da richtig den Segler gemacht. Ich auch. Ich dachte, oh Gott, ich sterbe. Wo sind die jetzt hin? Die ist da hinten bei den Häusern. Da kommt sie wieder. Hallo, 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 stopp, 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 hallo, hallo, hallo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.